Na let's zusammen, mich hier ist wieder Heuchler und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Mount hier aus Maldraxxus und diesmal nicht von einem Rare, sondern von einem Händler. Und den will ich jetzt euch mal zeigen. Wir befinden uns einmal hier auf den Koordinaten 50, 53 beim Theater der Schmerzen, direkt hier neben dem Flugpunkt. Und hier haben wir nicht nur links den Flugpunkt, sondern rechts einen Händler. Nalkorn Thalsen, schimpft sich der. Und das ist der Rüstmeister der unvergänglichen Armee. Und die unvergängliche Armee ist die Fraktion, die wir uns hier in der Zone hochspielen können. Sprich, alle Worldquests, Quests und Gedöns, was wir hier in der Zone absolvieren, bringt uns Ruf für diese Fraktion. Ihr braucht dafür keinen bestimmten Pakt. Wenn ihr bei den Necrolords seid, dann bekommt ihr immer mehr Ruf bei der unvergänglichen Armee. Und das gilt auch für die anderen Pakt. Immer in dem Gebiet, wo ihr euren Pakt habt, bekommt ihr mehr Ruf. Deswegen ist hier das die erste Fraktion, wo ich einmal eherfürchtig bin. Bei den anderen hänge ich noch ein bisschen hinterher. Und dementsprechend können wir uns jetzt hier direkt schon das Mount kaufen. Bei dem Händler gibt es noch vieles anderes, wie zum Beispiel Rezepte. Pets gibt es hier, Transmog-Items, sowas zum Beispiel Schickes. Und auch das Mount, was ich mir holen möchte. Und zwar schimpft sich das Mount blutrünstiger Bluthauer. Und ich würde sagen, den kaufen wir uns jetzt für 24.000 Gold. Und können den dann einmal auch lernen. Blutrünstiger Bluthauer. Und das ist dann der letzte Eber, der mir hier fehlen dürfte. Mal Draxus. Genau, es gibt nämlich insgesamt drei Eber hier in der Zone, die wir uns holen können. Zwei Stück von Rare Mobs und einen vom Händler. Und ja, von Erissa habe ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Das ist so ein bisschen der hellere Eber. Dann den Pustelrücken Bluthauer. So rum, den ein bisschen dunkel-lila-schwarz gehaltenen, habe ich euch auch schon gezeigt. Und das ist jetzt der neue, den wir uns eben beim Händler gekauft haben. Blutrünstiger Bluthauer, schimpft sich der. Und der ist so ein bisschen im helleren Lila-Ton, würde ich jetzt mal sagen. So wie das Zelt eigentlich. Der ist ziemlich genau... Ich frage mich, aus was für einer Haut das Zelt hergestellt wurde. Ich glaube, ich weiß es jetzt gerade. Fällt mir gerade so auf. Okay, da mussten anscheinend ein paar Eber dran glauben, wenn ich das so sehe. Hier ist so Side-Fact. Finden wir mal raus, was für Viecher da gehäutet werden, um die Dächer der Häuser herzustellen. Nein, wir wollen beim Mount bleiben. Hier auf jeden Fall ein schicker Eber. Jetzt habe ich alle drei mir eingeheimst. Falls ihr die anderen euch auch holen wollt, wie gesagt, in der Videoreihe habe ich die anderen schon vorgestellt, welche Rares ihr dafür unboxen müsst. So, jetzt mal noch kleine Fakten zum Ruf. Wenn ihr den Ruf erhöhen wollt, wie gesagt, wenn ihr einen Schar habt, der Necrolord ist, bekommt ihr mehr Ruf hier in Maldraxxus. Die größte Rufquelle, die ihr anzapfen könnt, ist die Daily Quest. Ihr habt ja jeden Tag eine Quest, dass ihr in einem Gebiet müsst drei Worldquests erledigen, einfach nur Aufgaben erledigen. Diese Daily Quest, wenn die in Maldraxxus ist, bekommt ihr 1500 Ruf. Und ich glaube, wenn es eine epische Quest ist, also eine epische Kiste gibt, gibt es 2000 Ruf. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Worldquests hier abzuschließen in komplett Maldraxxus. Und die kompletten Sidequests bringen auch Ruf. Täglich gibt es dann auch noch hier beim Theater eine Quest. Die könnt ihr theoretisch auch noch mitnehmen. Und ja, das ist es eigentlich soweit. Nach ein paar Wochen habt ihr dann den Ruf oben. Bei mir hat es jetzt seit Addon Start zweieinhalb Wochen gedauert. Ging jetzt eigentlich von der Länge her. Bin, wie gesagt, Covenant bei den Necrolords. Deswegen war das einen Ticken schneller. Wenn ihr nicht Necrolord seid und sonst alles mitnehmt, braucht ihr vielleicht drei, dreieinhalb Wochen. Schätze ich mal, dass ihr dann auf R4T kommt. Genau, das war es soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich wieder ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn das der Fall sein sollte, würde es mich freuen, wenn ihr euch positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.